Puff passen Wo wir drüben hinsetzen? Ja, kann er, ja. Jetzt kommen wir mal wo wir mit dem Bauern und rausbauen Da von Eberstadt, also Darmstadt Eberstadt, Eberstadt-Vangestau Richtung Alsbach-Rainline Also Alsbach, ne? Wo geht's jetzt? Eberstadt 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 Und jetzt hallo, ist er da, ja. Oh mein Gott, hier sind wir! Hier sind wir! Wir fahren bei der nächsten Reise weiter ohne Koffer. Wir fahren bei der nächsten Reise weiter ohne Koffer. Wir fahren bei der nächsten Reise. 10 Minuten Pause. Wir fahren auf der Baustür. Schiff! Ich sehe nichts. Ich habe nichts. jetzt müsst ihr euch mal überlegen, jetzt haben die zum vergünstigten preis, aus welchen gründen auch immer, sowohl eine fahrt in dieser wunderschönen dampflok bekommen und sie erleben uns jetzt, da sind wir nach dem Kanten da vorbei, ich kann nicht sagen, dass wir den Kanten kommen, zwei, zwei, drei, drei, zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 Hallo Patrick! Hallo! Hi!